Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zur zweiten Waldrunde des Wochenendes. Gestern hat man eine ganz ganz tolle Tour im Nadelmischwald, heute geht es zur Abwechslung in den Laubmischwald. In der gleichen Waldart hat man am letzten Wochenende ganz ganz tolle vielfältige Funde vom Sommersteinpilz über den schwarzblauenden Röhrling bis hin zu Blasenpfifferlingen und Pfeffermilchlingen und Laubholzkneuerlingen war da alles dabei, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja und dementsprechend hoffe ich, dass es heute wieder eine genauso spannende und vielfältige Runde wird. Besonders abgesehen hätte ich es auf Arten, die noch fehlen, zum Beispiel der samtige Pfifferling, der kommt gerne im Juli mal vor oder auch der harte Zinnober-Täubling, der grün gefelderte Täubling und natürlich auch der Milchbrädling. Da wird man die Habitate checken und dazwischen schauen wir natürlich auch, was Sommersteinpilz, Blasenpfifferling, Pfeffermilchling und Koso treiben. Wird also hoffentlich wieder eine spannende und artenreiche Runde und wie immer freue ich mich, wenn er mich dabei begleitet. Also legen wir los, drehen wir eine schöne Waldrunde. Auf geht's! Ja und bei den Sommersteinpilzen scheint es tatsächlich nochmal Nachwuchs gegeben zu haben. Hier haben wir jetzt einen Fruchtkörper, der letzte Woche definitiv hier noch nicht da war. Das war nämlich eine von den Stellen, die ich tatsächlich auch kontrolliert habe. Das ist eine sehr, sehr zentrale Stelle im Wald. Egal, welche Waldrunde man hier dreht, man muss hier vorbei. Ja und den habe ich schon von Weitem gesehen. Ja und das ist der erste Fund auf der heutigen Fundliste. Aber in dem Zustand bleibt er hier natürlich unangetastet stehen. Heißt aber, es sind nochmal Sommersteinpilze gewachsen. Ja und deshalb müssen wir vielleicht auch bei den anderen Stellen ein bisschen genauer schauen, ob sich da dann vielleicht auch ein brauchbares Exemplar zeigt. Ja und es ist eigentlich nicht der schlechteste Start, wenn der erste Fund auf der Fundliste gleich mal ein Sommersteinpilz ist. Ja und nur ein paar Meter weiter gibt es wirklich frisches Wachstum bei den Sommersteinpilzen. Hier ein ganz, ganz frisch gewachsenes, ganz, ganz junges Exemplar. Ja und irgendwie hätte ich doch mal wieder Lust auf so ein kleines Steinpilz Carpaccio. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn man wirklich mit dem Gedanken spielt, dass man Steinpilze roh verzehrt, dann muss man sich wirklich auf ganz, ganz junge Exemplare wie diesen hier beschränken. Ja und ich hoffe irgendwie schon, dass vielleicht doch noch zwei, drei in der Größe rausspringen. Und dann kann man die ganz, ganz fein aufhobeln und wie ein Carpaccio zubereiten. Ja und deswegen denke ich auch, nachdem wir den ersten größeren, schon sehr, sehr zerfressenen Fruchtkörper stehen gelassen haben, können wir es uns erlauben, uns heute vielleicht ein, zwei, drei Babys zu schnappen und zur Abwechslung mal wieder ein Steinpilz Carpaccio zu machen. Schaut mal, wer an einer weiteren Stelle bei uns erscheint. Könnt ihr die Art erkennen? Hat aktuell absolute Hauptsaison, ist sehr blass. Kleiner Hinweis am Rande. Ja, es ist natürlich der blasse Pfifferling, auch genannt blasser Laubwaldpfifferling. Drei wunderbare Fruchtkörper, gerade die hier oben sind auch richtig schön groß. Ja und den Sommersteinpilz habe ich jetzt doch erstmal stehen gelassen, weil ich an der Ecke nochmal vorbei muss auf dem Rückweg. Ja und wenn wir jetzt wirklich noch ein, zwei, drei so kleine Sommersteinpilze finden würden, die für so einen Steinpilz Carpaccio benötigt werden, dann können wir uns den am Ende noch holen. Und dementsprechend werden das hier die ersten Funde für den Speisepilzkorb. Wunder, wunderbar. Ja, die Pfifferlinge sind schon eine ganz, ganz tolle, wunderschöne Artengruppe. Und da freut es einen jedes Mal, wenn ein Pfund aus dieser Artengruppe gelingt. Ja und der Pfund heute ist vielleicht nochmal die Gelegenheit, so ein bisschen auf diese Pfifferlinge einzugehen. Es gibt natürlich den echten Pfifferling, der vielerorts ein echter Massenpilz ist. Bei uns in der Region, in den Landkreisen Mühldorf und Altöttingen in Oberbayern, würde ich davon ausgehen, dass der echte Pfifferling plus minus maximal die dritthäufigste Art ist. Der häufigste Pfifferling ist bei uns der violettschuppige. Der zweithäufigste Pfifferling ist der blasse Pfifferling, den wir hier vor uns haben. Ja und Platz 3 und 4 teilen sich im Prinzip das samtige Pfifferling und der echte Pfifferling. Kann natürlich sein, dass ich einfach in den falschen Ecken unterwegs bin. Ja und der echte Pfifferling in anderen Wäldern massenhaft rumsteht. Aber da wo ich unterwegs bin, ist der echte Pfifferling vergleichsweise selten. Auch wenn man ihn natürlich häufig und regelmäßig finden kann. Worauf kommt es denn bei den Pfifferlingen an? Ja das sind sogenannte Leistlinge. Das heißt sie haben auf der Hutunterseite zwar sowas, das so ein bisschen aussieht wie Lamellen. Das sind aber keine Lamellen, sondern Leisten. Was ist der Unterschied? Lamellen lassen sich in der Regel vom Hutfleisch lösen. Leisten sind fest mit dem Hutfleisch verwachsen. Ja und ein Merkmal, das plus minus meistens gar nicht genannt wird oder hinten runter fällt, ist die Farbe vom Fleisch. Die Pfifferlinge sind in der Regel weißfleischig. Und auch das ist so ein gewisses Merkmal. Ja wenn man sich das einmal gemerkt hat, bleibt es normalerweise hängen. Die Hutfarbe ist dagegen relativ variabel, wie man hier sehen kann. Die kann ja fast gänzlich weiß ausfallen, wie man hier sieht. Die kann violett ausfallen beim violett schubbigen Pfifferling. Die kann eher orange ausfallen beim samtigen Pfifferling. Ja und im Prinzip ist eigentlich nur der echte Pfifferling so richtig leuchtend eidottergelblich gefärbt. Ja und ansonsten gibt es vielleicht noch die ein oder andere seltenere Pfifferlingsart. Aber die hatten wir bisher leider noch nicht vor der Kamera. Schauen wir mal, vielleicht klappt es mit diesen seltenen Arten in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren doch noch. Ja könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Pfifferlingsarten bei euch vorkommen. Und welche ihr davon gerne für Speisezwecke sammelt. Ja und die dritte Art auf der Fundliste ist, wer kann die Art erkennen, relativ typische und auch so ein bisschen schleimige Hudoberseite. Relativ dünner, langer, aber dafür sehr starrer Stiel. Essbar, aber plus minus eher minderwertig. Verwendbar ist nur der Hut. Ja und relativ tief im Substrat wurzelnd. Ja die Rede ist natürlich vom wurzelnden Schleimrübling. Ja und weil der hier so schön dasteht und plus minus nicht mal irgendwo von den Schnecken malträtiert wurde, möchte ich den auch gar nicht irgendwo rausnehmen. Und zum Glück haben wir da vor kurzem erst das Pilzporträt zur Art aktualisiert. Und wie so oft erwähnt in der Videobeschreibung hätten wir dieses Pilzporträt verlinkt. Ja und wenn ihr mehr über den wurzelnden Schleimrübling erfahren möchtet, dann schaut es da gerne mal rein. Jetzt hat man den Pfeffermilchling auf den letzten Waldrunden nicht nur im Detail besprochen, sondern auch nochmal gezeigt. Ja und eigentlich habe ich mir gedacht, heute lässt den Pfeffermilchling in Anführungszeichen links liegen. Jetzt haben wir ihn so oft durchgesprochen, brauchst nicht nochmal zeigen. Ja aber die Pfeffermilchlinge machen mir einen Strich durch die Rechnung. Warum? Ich habe was wirklich Zeigenswertes gefunden. Ja und zwar etwas, was zumindest ich nicht alle Tage finde. Soll ich euch noch länger auf die Folter spannen? Soll ich noch 5 Sekunden warten? Nein, ich zeige es euch natürlich gleich. Passt mal auf. Schaut es nicht einfach nur verrückt aus. Pilz auf Pilz. Kommt zwar hier und da tatsächlich immer wieder mal vor, aber wenn ich jetzt grob schätzen müsste, finde ich sowas vielleicht alle 1, 2, 3 Jahre mal. Wirklich verrückt anzuschauen, ein Pfeffermilchling, der auf einem Pfeffermilchling wächst. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wie gesagt, ist jetzt nicht mega, mega, super, super selten, aber dann doch auf alle Fälle zeigenswert. Schaut schon ein bisschen verrückt aus. Ja und wenn ich euch die Pfeffermilchlinge zeige, dann doch bitte auch richtig. Hier also nochmal die wichtigen Merkmale. Sehr, sehr festes Fleisch, sehr, sehr dicht stehende Lamellen, weißliche Milch bei Verletzungen, die die ersten 2, 3, 4, 5 Sekunden relativ mild schmeckt und dann in eine brennende, pfeffrige Schärfe umschlägt. Bei uns ein typischer Laubmischwaldbewohner. Ja und aktuell wirklich in absoluten Massen zu finden. Aktuell macht es wieder mega, mega Spaß draußen unterwegs zu sein. Ja und es klappt mit einem Pfund, auf den ich es heute speziell abgesehen habe. Wer kann diesen Täubling erkennen? Ist sicherlich einer der am einfachsten zu bestimmenden Täublinge überhaupt. Sein Kernmerkmal, die felderartig aufreißende Huthaut, gerade in Richtung Hutrand. Hier sehr gut zu sehen. Ja, es ist natürlich der grün gefelderte Täubling. Eine Art, die gerade im Juli absolute Hauptsaison hat. Ein typischer Sommerpilz. Und hier jetzt der erste Fund der Art im Pilzjahr 2023. So macht es Spaß. Was mir leider vor dem rausnehmen des Fundes gar nicht aufgefallen ist, schaut es mal. Der hat tatsächlich einen eklatanten Schimmelschaden. Ja und wie schon oft erklärt, sobald so ein Fund, so ein Fruchtkörper, auch nur die geringsten Anzeichen von Schimmelbefall hat, sollte der nicht im Speisepilzkorb landen. Ja und wenn der so aussieht, wie auf dieser Seite, dann natürlich schon gleich dreimal nicht. Schade drum, wäre er ein toller Speisepilz, darf aber in dem Zustand, wie gesagt, natürlich hier bleiben. Ja schaut es mal, wer bei uns da ist. Ich glaube es ja nicht. Hätte nicht gedacht, dass sich diese Pfifferlingsart bei uns jetzt schon zeigt, weil es halt doch relativ trocken ist. Ja die mögen es relativ nass und wenn es hier im Juli nass ist, ja wenn ich es übertreiben soll oder übertrieben formulieren soll, würde ich sagen, der Hang ist dann mehr orange als grün. Um welche Pfifferlingsart handelt es sich? Ja ich lasse euch kurz überlegen. Vorher habe ich es ja schon kurz erklärt, welche Pfifferlingsart eher orange Farben hat. Nehmen wir den Fund mal raus und schauen ihn uns genauer an. Die Tour wird ja wirklich von Minute zu Minute besser. Ja es ist natürlich der samtige Pfifferling. Und wie beschrieben ist es der erste Fund dieser Art bei uns im Pilzjahr 2023. Und umso größer ist jetzt dadurch natürlich die Freude über den Fund. Jetzt fehlt bei uns eigentlich nur noch der violettschuppige Pfifferling. Da haben wir gestern die Habitate kontrolliert, aber da tut sich noch nichts. Bin schon gespannt, wann der kommt. Zurück zum samtigen Pfifferling. Was macht die Art aus? Ja die ist nicht nur besonders dunkel, also mehr orange als gelblich gefärbt, sondern auch normalerweise die kleinste, zierlichste und dünnfleischigste Pfifferlingsart bei uns. Insgesamt wird die Art als vergleichsweise selten beschrieben. Bei uns in den Kalkbuchenwäldern ist die Art aber relativ weit verbreitet und häufig zu finden. Ja und wenn ich so genauer darüber nachdenke, würde ich fast behaupten, dass ich den samtigen Pfifferling fast nochmal eine Spur häufiger finde als den echten Pfifferling. Ich habe das jetzt natürlich nicht jedes Jahr exakt durchgezählt, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, plus minus ist das samtige Pfifferling ein bisschen häufiger als der echte. Kann mich da natürlich jetzt auch täuschen, ist aber wie gesagt sehr sehr regionsabhängig. Ja kann man den samtigen Pfifferling für Speisezwecke sammeln, kann man schon machen, aber man sollte gerade bei dieser Art unbedingt darauf achten, dass genügend Fruchtkörper zum Aussporen im Wald bleiben. Gerade in Regionen, wo halt selten ist, sollte man das Sammeln für Speisezwecke unbedingt vermeiden. Ja ein, zwei Exemplare für Bestimmungszwecke entnehmen, ein, zwei schöne Fotos machen und die in einem Wald lassen, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn die Art bei euch selten ist, ja da sollte man verzichten die für Speisezwecke zu sammeln. Ansonsten wenn es ein Massenvorkommen gibt und wirklich ein paar überdurchschnittlich große Fruchtkörper dabei sind, ja dann kann es sich ab und zu schon lohnen, den für Speisezwecke zu sammeln, habe ich auch schon gemacht. Und hier haben wir einen weiteren Neuankömmling im Pilzjahr 2023. Also heute macht es hier im Laubmischwald wieder richtig richtig Spaß, ganz ganz tolle Artenvielfalt. Um wen könnte es sich handeln? Ja schaut euch mal diese Hutfarbe an, ist ein relativ kleiner, zierlicher Täubling. Eine ganz ganz typische Art bei uns im Buchenwald. Ja die wir ewig nicht gefunden haben, letztes Jahr den Erstfund und jetzt sehen wir sie praktisch gesehen überall. Man muss halt dazu sagen, dass die Art wirklich sehr sehr klein und zierlich ist und deswegen wahrscheinlich gerne übersehen wird, wenn man sie nicht unbedingt auf den Schirm hat. Ja es ist höchstwahrscheinlich der Sonnentäubling. Wie können wir es überprüfen? Ja die Art hat einen ganz ganz besonderen Geruch, der irgendwo in der Ecke bei Senfgurken oder Essiggurken liegt. Gerade in den Lamellen ist es immer relativ deutlich zu riechen. Ja und das werden wir jetzt gleich machen. Wir nehmen den Fund raus, riechen an den Lamellen und wenn auch der Geruch passt, dann sollte das auf alle Fälle der Sonnentäubling sein. Ja und es ist tatsächlich dieser typische essigartige Geruch vorhanden und damit sollte es klar sein. Diese gelben Täublinge sind gar nicht mal so einfach zu bestimmen insgesamt. Es gibt ganz ganz viele gelblich gefärbte Täublinge vom Ockertäubling über den Pfirsichtäubling, über den gelben Graustiel Täubling, ganz ganz viele verschiedene Arten. Ja aber wenn man so eine Art dann mal kennengelernt hat, die das erste Mal bestimmt hat, dann kann man meistens tatsächlich auch trotzdem schon von der Hutoberseite sagen, oh das wird wahrscheinlich jetzt ein Sonnentäubling sein wie in dem Fall, weil die dann doch immer so ein bisschen eigene Farbgebung haben. Ja und in dem Fall freue ich mich, weil es eben der erste Sonnentäubling 2023 ist. Ja und artenvielfaltstechnisch läppert es sich langsam. Jetzt haben wir doch mehr als eine Handvoll Arten gefunden und sind gerade mal so eineinhalb, zwei Stunden unterwegs. So macht es natürlich dann doppelt Spaß. Ja und auch an einer weiteren Stelle klappt es mit wunderschönen blassen Pfüpperlingen. Okay. Okay. alle guten dinge sind drei auch der echte pfifferling ist da und zeigt sich und damit haben wir drei pfifferlings arten die wir jetzt dann gleich auch noch mal direkt miteinander vergleichen können was für eine wunderbare waldrunde ja es gibt doch nichts schöneres als so eine tolle vielfalt nehmen die pfifferlinge mal raus ja dann widmen wir uns gleich dem direkten vergleich ich weiß ja nicht wie es euch geht aber so ein anblick ist für mich immer wieder faszinierend links haben wir den samtigen pfifferling mit den dunkleren orangenfarben in der mitte den echten pfifferling mit seinen typischen gelblichen farben und rechts den blassen pfifferling mit seinen typischen blassen mehr weißlichen als gelblichen hutfarben ja das sieht einfach toll aus wenn man sagt von ganz blass zu wunderbar gelb bis hin zu orange drehen wir das ganze mal um ja und von der anderen seite sieht es natürlich genauso toll aus was ist die gemeinsamkeit bei den pfifferlingen natürlich die leisten auf der hutunterseite noch mal betont pfifferlinge haben keine lamellen sondern leisten sind nämlich leistlinge was sind die unterschiede ja wenn man es zusammenfassen möchte ganz links eher orange und dunkel gefärbt und dünnfleischig der samtige pfifferling rechts eher blass und dickfleischig der blasse pfifferling in der mitte gelb und genau zwischen dem samtigen pfifferling und dem blassen pfifferling von der dickfleischigkeit her der echte pfifferling ja und die röhrlinge haben wohl wind davon bekommen dass die pfifferlinge loslegen und denken jetzt was drei pfifferlingsarten aber nur eine röhrlingsart das können wir nicht auf uns sitzen lassen dementsprechend ein weiterer röhrlingsfund ich glaube ich weiß auch schon was es ist ich vermute den schwarzblauen röhrling ja weil bei denen in dem zustand oder in dem alter das schnippel besonders schön ist nehmen wir den fund jetzt auch wenn es kein speisepilz ist noch mal raus ja und hier hat es nicht mal schnippel gebraucht um die vermutung zu bestätigen ihr seht schon da wo ich ihn aus dem boden genommen habe verfärbt er sich dunkelbläulich bis schwarzbläulich ja ist auf alle fälle der schwarzblau und der röhrling war auch sein typisches habitat jetzt aber zum versprochenen schnippel das schaut nämlich wirklich bei so kleinen jungen komplett unversehrten fruchtkörpern meistens am schönsten aus schauen wir mal ja da habe ich euch nicht zu viel versprochen diese leuchtenden zitronengelben röhren in kombination mit dieser starken vor allem in richtung stilbasis schwarzblauen verfärbung ist einfach eine wunder wunderschöne art gerade eben auch im schnittbild und jung wie letzte woche schon beschrieben kein speisepilz mehr bei dem wird festgestellt dass der ganz ganz große mengen an arsen in den fruchtkörpern einlagern kann und dementsprechend gilt er als potenziell krebserregend und sollte nicht mehr für speisezwecke gesammelt werden trotzdem freue ich mich über jeden fund der art ja das soll es für die heutige waldrunde dann aber gewesen sein war ein paar wirklich wunderbare spannende stunden hier im laubmischwald ja und ich muss schon sagen es macht aktuell richtig spaß war sicherlich eine der schönsten touren aus den letzten wochen und monaten gerade wenn eben ganz ganz viele arten neu in dem pilzjahr ankommen wie zum beispiel heute der grün gefälterte täubling das sonnentäubling das samtige pfifferling dann macht es besonders spaß ja und dann wird jede minute zu so einer richtigen entdeckungsreise und das macht mir persönlich am meisten spaß aber auch zu ein paar speisepilzen hat es gereicht die blassen pfifferlinge werde ich aufspießen und heute abend grillen freue ich mich schon drauf jetzt hoffen wir mal dass die hitze bald vorüber ist und ja die hitze von so ein paar dicken gewittern beendet wird und dann haben wir bestimmt auch in der zweiten juli hälfte ganz ganz viele tolle funde ich wünsche euch noch einen schönen samstagabend ein schönes restliches wochenende wenn eine waldrunde dreht sind meine daumen wie immer gedrückt und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten waldrunde oder im nächsten pilzporträt macht es gut und bis dann